Hallo Leute, ich bin der Volkan aus Hamburg. Ich bin gerade in Istanbul, bei Serjan Asma in Klinik. Ich wurde gestern vom Flughafen von Tresla abgeholt. War top. Danach zum Hotel gebracht. Hotel war top. Alles von kleinsten. Heute Morgen wurde ich wieder abgeholt. Ich habe einen Termin gehabt, was er damals da. Darüber bin ich auch sehr glücklich gewesen. Ich wurde behandelt. Hinter meinem Kopf wurden ungefähr 3000 Grafs entnommen. Meine Haare wurden dabei nicht beschädigt. Dann haben sie vorne, wie ihr seht, super Arbeit gemacht. 3000 Grafs eingepflanzt. Wir haben eine lokale Betäubung gemacht. Ich habe überhaupt keine Schmerzen gehabt. Das war das Tolle. Die Behandlung hat ungefähr drei Stunden gedauert. Und jetzt ist das Gott sei Dank fertig. Ich bin auch sehr glücklich darüber. Das hat sich richtig gelohnt für mich. Kreisverhältnis war top. Das würde ich jedem empfehlen. Hygiene ist auch sehr top hier. Serjan Asma hat mich behandelt.